Diese drei Punkte sind in diesem Jahr ganz, 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 ganz besonders wichtig. Punkt Nummer eins, don't fight the status quo. Kämpfe nicht gegen das, was ist. Wenn wir jetzt kämpfen, dann verlieren wir unglaublich viel Energie. Energie, die wir für unser eigenes Wachstum, für unsere eigene Entwicklung mehr als gut gebrauchen könnten. Punkt Nummer zwei, radikale Abgrenzung. Abgrenzung zu den Dingen, die uns unmittelbar schaden. Schau mal ganz genau hin, was schadet oder bremst dich aktuell in deinem Wachstum, in deiner Entwicklung? Du hast recht, da gehört Loslassen dazu. Und Punkt Nummer drei, den Fokus zu 100% auf dein eigenes Universum richten. Schau genau hin. Wo zieht es dich hin? Was möchtest du machen? Was möchtest du anpacken? Starte jetzt. Bilde jetzt das Bewusstsein dazu. Dann wirst du genau in die richtige Richtung gehen. Diese drei Punkte achte sehr gut darauf. So wichtig wie nie zuvor. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Piatiservus. Bis bald. .